Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft ab dem Bau raus, heute Sonnensachmorgen. Meine Frau Gerste bekommt da jetzt auch noch ein bisschen Dünger. Wir haben da die IG Mittellandmalz, hat da eine Enderminprobe genommen. Und nach dieser Probe werde ich nur 1 kg am Wohnsaltwerte 26 Euro gesetzt. Ich habe das so eingestellt bei meinem Büngerstreuer. Und mit der Wiegeneinrichtung streut er das auch so. Ja, liebe Jutta-Freunde, Bauhausi spritzt seine Eiweisserbsen gegen Unkraut. Und noch ein Insektizid dazu, weil ich den Blattrandkäfer in meinen Erbsen habe. Hier sieht man es. Blattrandkäfer, Fliss frisst da die Ränder, die Ränder, die Eiweisserbse an. Der Blattrandkäfer, der Frass, ist nicht schädlich unbedingt. Aber der legt dann Eier. Und das gibt, glaube ich, Maden oder Würmer. Und die fressen dann an den Wurzeln der Eiweisserbsen. Und die wachsen dann schlechter. Oder Tüchli, auch Berndöt gesagt, Pudere. Ja, liebe Jutta-Freunde, so klein sind meine Rüben noch im Keimblatt-Stadium. Aber da schlecht Wetter vorher gesagt ist, spritzt sich da eine Erfensplitte gegen Unkraut. Ich sollte da meine Scheiben ein bisschen reinigen. Durchsicht ist nicht so gut zu filmen. Ich spritze da Meta-Metron, 1,5 Liter Petastar, 1,2 Liter und wenn Saar, 100 Gramm-Ti-Hektar. Ja, liebe Jutta-Freunde, jetzt spritze ich da noch mein Wintergetreide mit einem Fungizid und CCC-Halter-Fürzung. Alles noch vor dem grossen Regen. Alles noch vor dem grossen Regen.